Wollte ich mich verarschen oder was? Ich höre noch welche. Scheiße. Ja gut, ich bin ein bisschen unni. Ich muss mehr. Ich muss ja erstmal um die Leichen rumlaufen und mir die Moni... Ach das. Moni-Zone. Dreh doch aus. Na, Spruchflinte. Oh, Cops. Nee, die Typen. ATC. Die sind ja auch gegen mich. Gewesen. Oder immer noch, oder? Keine Ahnung. Glaub ich mal, dass das so war. Nochmal speichern. Weil ich hab immer noch die Befürchtung, dass hier gleich übelst was abgeht. So wie jetzt. Perfekt. Gut. Zwei Leute ausschalten. Falt. Bleiben noch welche. Inwirkung. Ja, kommst du her? Natürlich kommt er nicht her. Scheiß feige Hund. Wow, sag ich doch, sag ich doch, sag ich doch. Super. Muss ich mit Spruchflinte attackieren? Muss ich mit Spruchflinte attackieren? Muss ich mit Spruchflinte attackieren? Die anderen beiden muss ich mich aufheben. Super, was machst du denn da? Aber ich muss erst die anderen beiden weghaben. Das ist richtig scheiße, dass der da oben hier zum herren ist. Ich brauche einen Plan. Ich brauche einen Plan. Ich brauche einen Plan. Oh. Ah, scheiße. Ich dachte, ich bin noch nicht ganz dran an der Wand. Verdammte Scheiße. Jetzt putze ich mich auf. Aber ich kann nicht mit den Sturmwaffen den einreifen. Bringts nicht. Hier, speichern. Achso. Scheiße. Der fällt auf. So, nachladen. Waffe wechseln. Medikind reinpfeifen. Speichern. Und super Soldaten. Kämpfen. Perfekt. Super geklappt. Zum Glück habe ich noch Medikit in der Rückhand. Ne, so nahe der Rotz will ich nicht. Ist was drinne? Tasch mal an. Nö. Zum Glück bringen sie mir auch wenigstens ein bisschen Muni mit. Gut. 15. Zwar nicht die Welt, aber immerhin. Besser als nichts. Hier ist auch nichts drinne. Hier kann ich nochmal saven. Und wie soll ich hier schneller sein, wenn die losfährt? So ein Hohlsinn. So eine Hohlsinnige Logik. So nochmal speichern. Bevor das Blach mich vielleicht eventuell angreift. So hier ist der. Der ist nichts. Ein Lebensbooster würde ich mal gerne mal wiederfinden. Der heilt mich wenigstens komplett. Hier lang. Schön, dass sie nichts abgekriegt haben. Leute, ihr könnt später balzen. Bringt mir diesen Vogel in die Luft. Hier lang. Sagt doch was das hier oben steht. Ihr könnt euch fast umgeknallen. Oh, Intervall 08 Verzweiflung. Und? Verfall. Situation. Alice Wade soll auf dem Weg zum District Auburn sein, um nach ihrem Vater zu suchen. Die technische Offizierin und der Frontband von 4 begeben sich mit SSEGD-Einsatzagent Holiday per Helikopter-Naube. Die Satellitenaufklärung durch Hannibal-3 zeigt eine beachtliche Replika-Streitmacht in der Nähe der Armaken. Anlage. Paxton Vettels Peilsignal wurde ebenfalls in dem Gebiet gesehen. 1, 2, 3, entdeckt. Mission. Der 4-Frontband versucht als erstes Alice Wade in Sicherheit zu bringen. Sobald sie in Schutzhaft ist, wird das Team in die geheime Arbeiter-Anlage eindringen und Harlan Wade suchen. Die UTM-Koordinaten von Wades Laptop liegen mitten im Rammelmaier-Industriepark in Obern. Der wurde schon vor Jahren geschlossen. Warum dort? Also ich hab mal ein bisschen nachgeforscht. Armagen hat das Gelände in den 50er Jahren vom Staat gekauft. Und jetzt kommt's. Es gab einen unterirdischen Militärkomplex in der Gegend. Ich glaube nicht, dass Armagen interessierte was auf dem Gelände war. Sie wollten das, was darunter ist. Und ich schätze, das hat was mit Origin zu tun. Okay. Origin. Genauso wie Origin. Wir sind getroffen. Das zwei Stürzen ab. Wiederhole. Das zwei Stürzen ab. Gut. Black Hawk Down. Haltet euch irgendwo fest. Perfekt. Black Hawk Down. Black Hawk Down. Black Hawk Down. Kam letztens auf jeden Fall im Fernsehen gerade. Ja doch, kam letztens im Fernsehen. Der scheint okay zu sein. Aber der Pilot ist tot und Yin hat's übel erwischt. Was ist mit Ihnen? Ich werd's überleben. Aber Schlittschuh fahren werde ich so schnell nicht wieder können. Okay. In dem Fall bleiben Sie bei Yin und warten auf die IMAG-Einheit. Wollen Sie ihn wirklich allein da hinschicken? Diese Jungs fackeln nicht lange. Wir haben keine Wahl. Vettel könnte überall sein und Alice ist ganz allein da draußen. Bis die Verstärkung eintrifft, könnte sie schon tot sein. Wir sind noch ein paar Kilometer von der Rammelmeyer-Anlage entfernt. Also müssen Sie zu Fuß dorthin gehen. Ich habe jede Menge Feindbewegung in der Gegend. Rechnen Sie mit Ärger. Die werden bestimmt dafür sorgen, dass es keine Überlebenden gibt. Okay. Gehen Sie betrugen. Ich habe gehört, Sie sind echt hart im Nehmen. Hoffentlich stimmt das. Ja, halt die Klappe. Äh, für Niff. Nicht sein Weg. Einmal richtig speichern. Spiel speichern. Ja. Äh, nicht dass er mir nachher irgendwas zer- schießt und ich muss den ganzen Scheiß nochmal spielen. Bäm. Hm. Sie wird schon wieder. Um Sie mache ich mir Sorgen. Ja, ja, halt die Klappe. Ach was, mir geht's gut, wenn ich mich nicht bewege. So. Ich checke kurz mal die Aufnahmen. Bis gleich. Kein Witz. In dem Fall tun Sie mir leid. So, weiter geht. Das hat gesessen. Äh. Ja, gut. Ja, schick mal gespeichert. La, lass mich, leck mich. Wer ziehe ich? Äh. Ja, ein. Hat schon gepasst, aber gut. Muss mich eh. Ich hatte mich noch nicht so wirklich beschäftigt jetzt. Hier mit einstellen. Dachte ich, da passt schon so. Ich gehe jede Wette ein, dass die Grundwasserkontamination in Ohmwörn von der geheimen Armakam-Anlage ausgeht. Deshalb müssen die jemanden zu dieser Kläranlage geschickt haben. Die fürchten, dass man das zu ihnen zurückverfolgen kann. Komisch, dass da keiner lang geht. Mit Pistole brauche ich nicht. Ach so, ich muss da durch. Na, ist schon klar. F5. Vielleicht passt das jetzt. Ich habe mein Mikro mal ein bisschen dicht damit gemacht. Ah, super. Na. Hallo. Gibt jemand zu Hause? Ist mir eigentlich ein bisschen zu ruhig. Ein Checkpoint wird gespeilt. Jetzt kriegt man noch je fast alle 5 Meter ein Checkpoint. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah. F5. Gefällt mir überhaupt nicht. Äh. Oh. Verstehst du? Natürlich. Ich würde meinen, ich habe eine 50-50 Chance. Ich würde meinen, ich habe eine 50-50 Chance. Rechts und links keine drinsteht. So, da ist ein Medi-Kit. Wenn da ist ein Medi-Kit. Ein bisschen in. Ein bisschen Agieren. im Stealth. Ich überdrübe das. Super. Gut. Ich muss mich jetzt installieren. und genau der dicke kommt so vielleicht krieg ich ihn ja von hier unten so durch die lücke durch hat er mich jetzt angeschrien oder was war das eben für ein komisches geräusch er kommt auch so gleich von hinten oder er versteckt sich da jetzt natürlich auch möglich sein nein sag ich doch er kommt von hinten was hat der herrn für eine gay waffe man das macht ja übelst komische geräusche gib ruhe keine ahnung warte kack er da komisches ding ins punkt warte ist du naja hätte zu dir wäre ich auch noch früher oder später gekommen jetzt muss ich jetzt mal gucken konnte ich ja noch nicht in ruhe äh so und so und hallo okay muss man das jetzt verstehen ich glaube nicht ich will nicht er rennt guck mal da ui stürm kack kack ich kack kack Es war eine schöne Waffe, aber leider nicht. Bringt mir nichts. Ich habe mir schon zu viel eingespart.